Pyro-Art 300er Kette. So jetzt gibt es zweimal in einem Kreis aufgelegt The King, ein bisschen ältere Charge so. So jetzt gibt es einmal hier einen Kreis und da drüben einen für Patrick und 3, 2, 1. Geil. So jetzt gibt es für euch Cobra 6R selber, richtig premium verarbeitet so. NEM pro Stück 5,5 Gramm, bei dem 3R Silber haben wir 4 Gramm auf dem Stück verteilt. Schauen wir mal. Premium, Alter. Die sind richtig gut aus, oder? Ja. 6R Silber. Ralkopf, perfekt. Ja. 6R Silber. Die verlegen richtig gut. Ja, richtig geiler Zerleger. Richtig heftig die Poker. Ja. Richtig geil so. Im Thunder Kong Smoke. So jetzt gibt es die Scream Rocket 2 von Funke natürlich. 6 Raketen mit 7 Kreisaufstieg und lautstark im Titan Blitzknall. Ab gehts. Scream Rocket 2. Geiler Tyler. Ja. Geiler Tyler. Ja. Scream Rocket 2 stop. Se zach嘆. so jetzt goldschlag von startrade neuheit drei schuss die starten mit dem silvershot redshot und dann strobe shot let's go silver shot redshot so jetzt summer jam von komet sehr sehr geil 4 euro batterie super great vehicle so 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 kauf empfehlung funken werden von funke so 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 gold so so funken bis zum boden das ist funke sehr geil so 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 so